Ähm, genau, man kann auch noch Supreme Kai freischalten. Also Supreme Kai ist, äh, hier Meister Kai, nein, nicht Meister Kaijo. Der Kaijo des Südens, oder? Ist das doch? Oder des Nordens? Ne, die Nordgalaxie ist mit der Erde. Also es ist der Kaijo des Nordens. Ah, alt, oida, warum sagt mir das denn keiner? Ich muss das ausrüsten. Und ich muss mir das eventuell im Kampf nochmal kurz anschauen. Ich hab Kick vor Kick, Kick war das, gell? Oder halt nach hinten Energie. Andersrum geht genauso, aber ich mag das gern als Kombo, weil da machst du voll viel mit Bumm. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann! Du, fuhlischer Junge. Kühlst du dieses Spiel und du wirst sie verholt werden. Der labert, der labert. Oh, ho, ho, ho. Der hat aber auch ne geile Aura, muss man ihm echt sagen. Schlag des fliegenden Drachen In dein Gesicht Scheiße, der weicht da einfach aus Ja, der weicht da rub es Oh, kluck ja. Ah, dein Toast, Alter. Wenn ich mich zurück verwandelt habe, kacken Mist. Und ich habe gegen mein Mikrofon gehauen. Deine Mama hat einen Pimmel. Ich muss aufpassen, weil der hat nämlich... Genau das hat er. Das habe ich noch nicht. Der hat einen Special Attack. Das habe ich nicht. Super Kamehameha, aber das habe ich nicht. Weiß nicht warum. Kann ich noch nicht. So, das war der Dabura. Wie kann das sein? Dabura, King of the Demon World. Er kommt ja, wenn er stirbt, er kommt ja ins Paradies als Strafe und er wird ja mal voll die Homo-Schwuggele in der Serie. Finde ich super. Schade, dass sie ihn eigentlich nicht wiederbeleben. Ich glaube, ich glaube, ich meine, er ist ja der Demon. Der King of the Demon World. Wenn man ihn wieder einbauen würde in die Storage. Sagen wir mal Dragon Ball Super oder so. Er hat doch wahrscheinlich Kräfte in sich. Da weiß ich nicht. Also, da kann man bestimmt was machen. Ähnlich wie bei Frezza. Ich fühle mich eine schreckliche Kraft. Könnte es sein, Majin Buu? Ich muss das ausprobieren. Gohan, es ist okay, dich wunderschön zu fühlen. Doch, ich. Okay, Dad. Ich versuche. Da ist es noch. Ich habe überhaupt keinen. Ich habe noch nicht mal andere. Also, so goldener Gegensteller wie noch gar nicht. So, und los geht's. It's time to fight against Buu. Da ist er. His power really is incredible. I'll have to give it everything I've got. Aber ich bin noch nicht ultimativ. Ich sterbe ja jetzt. Also, halbwegs. Besiege den Enemy. Arsch, Alter, Arsch. Der ist ziemlich schnell, für das, dass er so fett ist. Bam, Alter! Here it goes! Ja, Mann! Now you're done for it! Und die Erde kaputt machen. Geil. Orgasmus. Warum hat der noch so viel Leben? Ich habe ihn doch voll kaputt gemacht jetzt. Bin ich eigentlich schon zweifacher? Nee, bin ich nicht. Das war ja noch harmlos, mein Freund. Da kommt ja noch ordentlich was auf dich zu. Aber ich bin gelb und er ist noch... Lass das. Es gibt übrigens in die... Oder war das Tanker-Shi 3? Ich glaube mit Kid Buu... Eine Möglichkeit, so ein unendlich Ding. Ich mache einfach weiter. Scheiße, aber ich muss halt immer Super-Gamme-Me-A machen. Ich meine, ich kriege ihn auch so. Was ein Arsch! Damit habe ich nicht gerechnet, dass er das so ein auspackt. Boah, Pissgurke, Alter, Pissgurke. Ich muss, glaube ich, doch noch mal Super-Gamme-Me-A auspacken. Oder so. Boah, wie krass! Scheiße, der hat... Aber egal. Der hat den Max bei Rot. Hier ist denn der drauf. Ja, ja, ja Genau, so macht man das Aber er lebt halt noch Das ist halt, weil der fette Buu, der ist fett Ui da Der ist so krass Was ist denn nur los mit dem? Ha, 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 einfach Oh, wie plumpst und der Umhang Geil animiert Sehr schön, weiter so Äh, weiter so You go bye bye now Die hätten ja ruhig jetzt kurz erzählen können, was passiert ist in der Zeit Okay Ja, ich hab Vorher schnell, alles klar, ich bin ruhig Behold I am the supreme kind Or I was Fifteen generations ago Give or take I will use my supernatural abilities to draw forth the hidden powers within you Wait There isn't a moment to lose I can't go back to Earth anymore So this is the last time I'll see you At least until you come to otherworld Now go You can do it, son You can beat Majin Buu Thanks Dad I'm ready Der Nachteil Alter Kaioshin kann bla 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 Dank der Macht des alten Kaioshins Bla 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 Genau Der Nachteil ist Gohan wird extrem arrogant Ab Super Saiyajin 2 Werden sie immer Extrem arrogant Das ist so Keine Ahnung Das liegt dann so im Saiyajin Blut Extrem arrogant zu werden Felsenberg Cyberman Cyberman Ich krieg das nicht aus dem Kopf Hey, da ist er Ha Don't tell me You are going to fight me No I'm going to destroy you Oh, der hat ja auch eine ganz andere Stimmlage jetzt Viel krasser Besiege den Feind Was ist denn Alter, der hat noch nicht mal angefangen Und der Alter 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 Warte, halt Jetzt warte doch mal Was ist da los Komm Ich muss mich erst mal Alter Komm, mach So, jetzt sind wir erst einmal auf einem Level, mein Freund Alter Ich muss mich gerade echt zusammenreißen Ich check gerade gar nichts, Mann Was ist denn hier auf einmal los Ich muss mich zusammenreißen Ich muss mich zusammenreißen Was ist denn da Was ist geschehen Warum Wo war ich Ich war Hä Aber ich weiß noch, dass das wirklich Das ist einer der schwierigsten Kämpfe überhaupt Weil er halt Er hat halt wirklich viel KI, etc Und so, jetzt bin ich erst mal auf seinem Level, weißt du Jetzt, so mag ich das Hier Hier Ich will ja nichts sagen, aber das Kamehameha, wenn er es auflädt, ist in seinem Arm Was Ja, Mann, kaputt Alles kaputt So, jetzt kämpfen wir mal hier auf Augenhöhe, mein Freund Margin, Bo Superbu eher Ist ja nicht mehr Margin, ist ja jetzt Superbu Ich mach deine Mama kaputt, du Penner Ah, scheiße Das habe ich zu spät reagiert Kack deine Ah, Kaka, Maka Ich kann nur mit Glück Nein, Mann, nein I'll kill you, sagt er Nein, scheiße Oh, radadadadadadam macht er Scheiße, scheiße, scheiße Oida, der Schaden Der Schaden Und er macht gleich nochmal Hypermodus Warum auch nicht Kann man ja mal machen, gell, du blöder Penner Ich mach das jetzt auch Für eine Superattacke hat es ja nicht gereicht Aber für das Aber für das Einen Dragon Rush Reicht's noch allemal, mein Kaliber Äbäm, Alter Dabäm Bamm Ja, war so klar Warum Ah, Mann, ey Kacke Ist der Kampf übelst Kamehameha Ausweicher Und er macht das schon wieder Warum auch immer er das jetzt nochmal macht Scheiße Ach doch, geil In your face Amen Amen Warum ist es denn bei mir immer rot Oh, ich hab Max Und er hat auch Max Ich hasse ihn Boah, wie ist er denn drauf Egal Aber, ey, der ohne Schmarrn Es hat gereicht Boah, krass What an epic fight So, das machen wir jetzt so Boah Spezialskill aktivieren Alter, kein erschienen kann Freischalten Stimmdatei Weil ich mich verwandelt habe Boah, ich muss mich kurz sammeln, Leute Boah Ich hab hier mit Superkamehameha Und etc Alles krass Oh, ey, da Das war Der war wirklich Der hat lange Gefühle lange gedauert Ey, das war intensiv Also ich hab wirklich in mir Ich hab Die Wogen eines Saiyajins in mir gespürt Mir wär beinahe ein Schwanz gewachsen Ha Übel Can't beat me Jetzt wird er arrogant Und das ist sein Fehler Genau das find ich so schade Und das haben sie in Dragon Ball Super Ein hohes Lob an Akira Toriyama Und die, die mitgegangen Haben sie da nicht mehr gemacht Diese stupide Kämpfen Verlieren Ah Ausflippen quasi Dazwischen kommt noch Piccolo Der rettet immer Äh Und dann stärker werden Und kaputt Haben sie da nicht so Das haben sie wirklich durchdacht Das find ich super Das passt bei Dragon Ball auch voll rein Aber mit Taktik zu kämpfen Aber ich bin jetzt ruhig Ich kann es nicht Ich lasse niemanden Die stärker als ich Ich brauche diese Kinder Das ist Piccolo auch Muss ich nochmal Nein Muss ich nicht Ha Boop Succeeds in absorbing Piccolo And Gotenx Giving him The upper hand Again Gohan is faced With the greatest Danger to his life Yet Who Can save him Für den gibt es leider keine Story, das ist einfach nur so ein Charakter. Dragon Balls. Ich sag's jetzt nicht, oder? Doch, from a Monte. Natürlich, erster Durchbruch bei allen. Beim ersten Mal nur Durchbruch, ganz klar. Bei Goku und Vegeta zum Beispiel, sehr wichtig. Ansonsten, Gohan ist damit erstmal durch. Äh, ja, genau. Gohan ist erstmal durch. Schauen wir mal, wen ihr das Nächstes nehmt. Das muss ich jetzt dann erst noch entscheiden. Mal gucken, was dabei rauskommen wird. Das weiß nicht mal Namco Bandai Games. Das weiß noch nicht mal ich. Mal gucken, was passieren wird. Hohoho! Ja, ich will speichern! Nein, scheiße! Äh, zurück und, äh, ja, will ich. Ich war, Festplatte und speichern und ich will natürlich überschreiben. Weil sonst hat's ja keinen Sinn. Erfolgreich! Delmähkes! Ja, ja. Ich war. Untertitelung des ZDF, 2020